Die Schlacht von Sala war eine Abfolge von Gefechten im Raum Sala während des Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland. In der Schlacht hinderten zahlenmäßig unterlegene finnische Einheiten den Vormarsch von zwei sowjetischen Divisionen in die finnische Provinz. Lapland Vorgeschichte Das sowjetische Oberkommando hatte sich die Eroberung ganz Finnlands zum Ziel gesetzt. Teil dieses Plans war der Vorstoß auf die Hauptstadt der finnischen Provinz Lapland Rovaniemi. Hierzu wurde die sowjetische 122-Schützendivision abgestellt. Sie sollte sich mit der 104-Schützendivision vereinigen, nachdem diese den finnischen Akt des Hafen Pizamo eingenommen hatte. Das finnische Oberkommando hatte nicht damit gerechnet, dass die Sowjets größere Operationen im nördlichen Teil Finnlands durchführen würden. Sie hielten das Terrain für zu unwegsam für massierte Truppenverbände. Deshalb bestanden die finnischen Kräfte zu Kriegsausbruch nur aus einigen kleinen Grenzschutzeinheiten. Verlauf Die 122-Division überschritt die Grenze am Tag des Kriegsausbruchs dem 30. November 1939. Die kleineren finnischen Einheiten leisteten hinhaltenden Widerstand. Am 10. Dezember gelang es den sowjetischen Einheiten, die Stadt Salah einzunehmen. Nachdem sie dies erreicht hatten, boten sich ihnen zwei Optionen. Der Vorstoß zum Dorf Sodanküli über das Dorf Pelkosenjemi bot die Möglichkeit, die finnischen Truppen im Sektor Pizamo abzuschneiden. Die sowjetische 104-Division hatte es zwar geschafft Pizamo selbst einzunehmen, aber sie vermochte es nicht, gegen den finnischen Widerstand weiter nach Süden vorzudringen. Eine weitere Option war der Vorstoß nach Kemijewi. Über diese Kleinstadt führte der Weg zum eigentlichen Hauptziel, der Hauptstadt Laplens-Rovaniemi. Das sowjetische Kommando entschied sich, seine Truppen zu teilen und beide Ziele ins Angriff zu nehmen. Das finnische Oberkommando unter Mannerheim war durch den sowjetischen Vormarsch beunruhigt und befahl dem Befehlshaber der Pizamo-Front Valenius, mit dem 18. unabhängigen Bataillon den Raum Salah zu verstärken. Valenius übernahm selbst das Kommando und startete am 17. Dezember seinen ersten Angriff gegen die nach Pelkosenjemi marschierenden sowjetischen Einheiten. Den finnischen Soldaten auf Schieren gelang eine unentdeckte Annäherung an die sowjetischen Stellungen und somit ein Überraschungsangriff. Dieser Teil der sowjetischen Division zog sich nach dem Gefecht rund 70 Kilometer zurück. Nachdem die Finnen den nördlichen Flügel der 122-Division zurückgeschlagen hatten, wandten sie sich den südlichen Einheiten, die kurz vor Kemijewi standen zu. Die sowjetischen Truppen wurden insgesamt nur wenige Kilometer zurückgetrieben und konnten sich in der Defensive behaupten. Einen erneuten Geländegewinn konnte die Rote Armee aber nicht erzielen, selbst als ihre Kräfte umsahler durch die 88-Schützendivision verdoppelt wurden. Am 19. Januar 1940 endete der letzte Versuch der Finnen, die sowjetischen Truppen doch noch aus ihren Stellungen zu werfen. Am 26. Januar wurden die finnischen Truppen durch ein Bataillon schwedischer Freiwilliger ersetzt, um die Verteidigungen an der karellischen Landhänge, dem wichtigsten Schauplatz des Krieges zu verstärken. Bis zum Kriegsende im März 1940 wurden von keiner der beiden Seiten mehr größere Operationen im Raum Salah durchgeführt. Folgen Die sowjetischen Einheiten konnten trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit ihre Ziele nicht erfüllen. Zusammen mit den Schlachten bei Somosalmi und Kumo fügte sich die Operation bei Salah in das Bild des sowjetischen Misserfolgs im unwegsamen Terrain des nördlichen Finnlands. Die Schlacht zeigte aber auch, dass die Vernichtung großer sowjetischer Einheiten durch zahlenmäßig unterlegene finnische Verbände, wie bei Somosalmi, sich nicht beliebig wiederholen ließen. Die Schlacht